Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde, über 250.000 US-Dollar Gewinn innerhalb von rund zwei Jahren mit einer einzelnen Aktie bzw. Position. Wie ist es möglich, was muss man tun, damit man auch in den Genuss kommt, so hohe Kursgewinne zu erzielen. Darum soll es in diesem Video mal gehen, weil ich denke, es gibt immer wieder Fehler, die gemacht werden, die vermeidbar sind, weshalb Aktionäre dann eben nicht in den Genuss dieser exorbitant hohen Kursgewinne kommen. Eines möchte ich noch vorausschicken, das ist sicherlich nicht der Normalfall. Am besten ist beraten, wer in Aktien investiert, die relativ stabil steigen, deren Dividenden und Kursgewinne relativ gemächlich steigen, aber halt sich in die richtige Richtung entwickeln und dafür ist ja auch der Aktienfinder da. Es ist aber auch so, und das ist einfach Fakt, dass viele Leute sich doch ein Lottogewinn, sage ich mal, wünschen, dass in der Finanzblogger-Szene ja auch Ten-Bagger und Kursraketen-Videos in der Tagesordnung sind und deshalb denke ich, ist es auch ganz okay, wenn ich mal so ein Video mache und wenn ich euch mal ein Echtbeispiel zeige von mir, wie das Ganze gelaufen ist, wo ich hätte Fehler machen können und wo ich glaube, dass viele Anleger eben Fehler machen, weshalb sie dann eben, wie ich schon sagte, nicht in den Genuss von so hohen Kursgewinnen kommen. Ja, mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net und dann würde ich sagen, wir legen mal los und als allererstes möchte ich euch mal zeigen, dass das, was ich sage, stimmt. Das heißt, hier, es geht um Tesla und da seht ihr jetzt, die Position ist mit 850% im Plus, 265.000 Dollar, ändert sich hier, wie ihr sehen könnt, sekündlich um ein paar 100 Dollar mehr oder weniger. Gut, und dann würde ich sagen, analysieren wir mal den Kauf, wann ich gekauft habe, warum ich gekauft habe. Ja, ich habe in ein Unternehmen investiert, beziehungsweise ich kaufe nie Aktien einfach so, sondern ich investiere immer in Unternehmen. Auch Tesla war für mich ein Investment, allerdings natürlich ein spekulatives Investment. Ich habe mich lange mit Tesla beschäftigt, ich habe die Biografie gelesen von Elon Musk, ich habe mir das Unternehmen angeschaut, aber ich habe lange Zeit nicht die Tesla-Aktie gekauft, weil mir es zu riskant war. Ich habe die Tesla-Aktie gekauft, als ich meinte, jetzt kann ich es riskieren, jetzt ist es kein absoluter Zock mehr, ein Zock, Hop oder Top, quasi Casino-Besuch. Wenn die richtige Farbe kommt, dann habe ich verdoppelt, wenn nicht, dann habe ich halt alles verloren, so ungefähr. Ich habe gekauft, als die Zahlen rausgekommen sind, zum dritten Quartal 2018. Am 25. oder 26. Oktober, was ist da passiert? Da hat Tesla im Prinzip, aus meiner Sicht jedenfalls, und hier sind hier die Zahlen, bewiesen, dass sie mit dem Tesla Model 3 dann letztendlich auch Geld verdienen, dass sie die Produktionshölle in den Griff bekommen. Der ein oder andere wird wissen, dass Elon Musk im Nachhinein gesagt hat, Tesla war nur wenige Wochen von der Pleite entfernt gewesen. Er hat im Schlafsack übernachtet, in den Fabriken, in der Fabrik in Fremont, um das ganze Ding noch irgendwie zu retten. Und es ist ihm gelungen, dann kamen die Zahlen raus, dann gab es sogar positiven freien Cashflow. Und die Aktie ist angesprungen, die ist fast 30% in die Höhe geschossen. Und da habe ich dann gekauft. Und das ist schon der erste Fehler, denke ich, den viele Anleger machen. Und da zoomen wir jetzt mal hier ein bisschen rein. Das heißt, ich habe hier gekauft. Und viele Anleger hätten, denke ich, schon die Finger davon gelassen. Warum? Weil sie die Aktie am Tag zuvor ja für 30% ungefähr weniger hätten bekommen können. Jetzt ist die Aktie plötzlich teuer. Und ich denke, die typische psychologische Reaktion auch, Anker-Effekt lässt grüßen, high ist, die Finger von der Aktie zu lassen. Denn jetzt ist sie ja deutlich teurer als am Tag zuvor. Bin ich ja blöd, wenn ich sie heute kaufen würde, wenn ich sie gestern nicht gekauft habe. So ungefähr. Ich war dann sozusagen so blöd, habe sie gekauft. Die Aktie ist dann auch noch ein bisschen weiter gestiegen hier auf über 70 US-Dollar, bevor sie dann gefallen ist. Und zwar doch recht deutlich. Um 44% ungefähr von meinem Einstiegskurs. Das heißt, ich war einige Monate später, so sieben, acht Monate später, wirklich stark in den roten Zahlen gewesen mit Tesla. Und da sind wir, denke ich, schon beim Fehler Nummer zwei, den viele Anleger machen. Wenn es nicht so läuft, wie sie sich das versprochen haben, haben, dann verkaufen sie die Aktie wieder. Ich denke, derselbe Grund, weshalb die Anleger nicht die Aktie hier gekauft hätten, weil sie, also zum einen der Anker-Effekt, zum anderen aber auch, weil sie sich, weil sie in erster Linie auf die Aktie gucken und nicht auf das Unternehmen, weil sie nicht wirklich in das Unternehmen investieren, beziehungsweise weil sie nicht wirklich von dem Unternehmen überzeugt sind. Und ich hätte auch, auch wenn der Aktienkurs gelitten hatte, hier damals nicht den Glauben an Tesla verloren. Ich hatte quasi Tesla gekauft, auch mit einer Story. Für mich war Tesla und es ist immer noch ein Start-up, das die Automobil-Revolution anführt, das ganz vorne mit spielt oder ganz vorne ist im Bereich Elektromobilität und auch Digitalisierung. Und für mich macht Tesla aus dem Auto eine Cash-Cow, wo man nicht nur einmal Geld verdient beim Verkauf oder beim Werkstattbesuch, den es auch gar nicht mehr gibt, sondern laufend, weil das Auto im Prinzip ein fahrender Computer ist und entsprechend erweitert werden kann. Und habe auch an das Management geglaubt, an Elon Musk, der einen tollen Track-Record, wie man so schön sagt, vorweisen kann. Also ich habe an das Investment einfach geglaubt und es hat mir dann erlaubt, auch das Ganze hier auszusitzen, diese Durststrecke. Was es mir auch erlaubt hat, war Diversifikation, wo wir beim nächsten Fehler Nummer drei wären. Einige Leute diversifizieren nicht, die gehen all in, das heißt, die kaufen einfach zu viel von der einen Aktie, setzen alles auf eine Karte. Stichwort Wirecard, der beweist, dass auch ich nicht immer richtig liege. Ich bin ja bei Wirecard, habe ich ja 25.000 Euro auf der Straße gelassen, habe ja auch ein Video darüber gedreht. Aber mein Depot habe ich da deshalb nicht an die Wand gefahren, habe da aber später Mails bekommen von leitgeprüften Aktionären, die auch in Wirecard investiert waren, mit hohen Einsätzen für sie persönlich und das hatte dann entsprechend negative Folgen für diese Leute. Und das ist dann natürlich schade. Also man muss dann auch seine Hausaufgaben machen. Stichwort Diversifikation. Und das hat es mir eben erlaubt, auch diese Durststrecke auszusetzen. Wenn man all in geht und dann die Aktie gehen Süden rauscht, in diesem Fall ist es wahrscheinlich, denke ich, echt das Beste. Man zieht die Reißleine und macht den Verkauf. Dann ist der Fehler aber nicht der gewesen, dass die Aktie in die falsche Richtung geht, sondern dass man all in gegangen ist und zu spekulativ, also dass man quasi seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja und dann ging das Ganze weiter. Ich denke, das ist so euch schon bekannt. Schauen wir uns das Ganze mal hier kurz an. Die Aktie ist dann entsprechend stark gestiegen und ich würde sagen, da kommen wir ja dann auch zum nächsten Fehler. Viele Leute hätten die Aktie hier irgendwann verkauft. Das heißt, wenn ich sage ein spekulatives Investment, dann betone ich jetzt mal das Investment. Das heißt, mein Einsatz ist langfristig ausgerichtet, tendenziell. Und das heißt auch, ich verkaufe nicht bei 50% im Plus, 100% im Plus oder auch 200% im Plus. Das heißt, ich lasse die Gewinne laufen, solange im Prinzip die Story, weswegen ich den Kauf eingegangen bin, intakt ist. Und das ist für mich nach wie vor der Fall. Für mich ist Tesla immer noch das Startup, das die Automobilrevolution anführt. Jetzt haben wir hier allerdings eine Besonderheit bei mir auch persönlich. Das heißt, ich habe hier immer wieder Calls geschrieben, Covered Calls auf Tesla und habe mir diesen Prämien, wie du hier sehen kannst, zusätzlich Geld verdient. Im Prinzip, anstatt eine Dividende zu kassieren, habe ich dann halt hier entsprechend Optionsprämien bekommen, indem ich meine Tesla-Aktien zum Verkauf angeboten habe. Und da kann man jetzt einen Widerspruch sehen zu der Aussage, dass es ein Investment ist, was langfristig ausgerichtet ist. Immer so ein bisschen hier versuche ich jedenfalls den Spagat. Denn auch ich bin der Meinung, dass ab und zu die Kursanstiege zu stark sind. Wenn die Kursanstiege zu stark sind, dann hat das eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, falls ich richtig annehme, falls ich richtig liege mit der Annahme, dass die Kursanstiege zu stark sind, dass die Aktie auch wieder entsprechend zurückkommt. Ja und jetzt haben wir die Sondersituation, dass Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird zum 21. Dezember und dass Indexfonds jetzt die Tesla-Aktie zu kaufen gezwungen sind. Es gibt da diverse Beträge, die jetzt kursieren, für wie viel Dollar Tesla-Aktien gekauft werden müssen. Ich habe 8 Milliarden Dollar im Kopf, wo quasi zusätzlich Nachfrage innerhalb weniger Wochen bzw. Monate, das kann auch gestapelt erfolgen, der Einstieg, künstliche Nachfrage geschaffen wird nach dieser Aktie. Wirkt dann natürlich nochmal stimulierend auf den Aktienkurs. Ich habe jetzt wieder meine Tesla-Aktien zum Preis von 600 US-Dollar, der ist fast erreicht, zum Verkauf gegeben. Da lasse ich mir jetzt einfach mal die Freiheit, ob ich dann die Option rollen werde oder ob ich mich ausüben lassen werde. Mit dem Nachteil, dass ich dann noch Kapitalertragssteuer bezahlen muss. Das ist natürlich unschön, aber die Aktie könnte dann entsprechend wieder fallen und könnte ich die eventuell wieder zurückholen. Also diese Freiheiten lasse ich mir offen. Aber das sage ich jetzt alles nur, weil ich meine eigene Position hier dann komplett transparent darstellen möchte. Die wichtigen Dinge für dieses Video sind meines Erachtens die Fehler, die ich gezeigt habe. Der erste wäre hier gewesen mit dem Anker-Effekt, der zweite wäre gewesen, dass die Leute das wieder verkauft hätten, nachdem es nicht so geklappt hat, wie sie annahmen. Der dritte Fehler ist, dass die Leute oft die Aktie zu früh verkaufen. Je nachdem, wie es läuft, könnte das bei mir jetzt theoretisch auch der Fall sein, wenn man vielleicht dann drei, fünf, zehn Jahre dann rückblickend sagt, oh Tesla damals, als sie nur 600 US-Dollar gekostet hat, wie konnte man sie damals nur verkaufen. Wollen wir mal sehen, wie es läuft. Ich hatte ja schon gesagt, vielleicht roll ich die Option auch. Da war halt die Verlockung relativ groß auf meiner Seite auch hier noch ein bisschen was nebenbei dazu zu verdienen. Gut, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Drück dir die Daumen, dass du ebenfalls in deinem Depot eine Aktie hast, die sich entsprechend gut entwickelt oder das noch kommen wird und dass dir die Ratschläge vielleicht ein bisschen geholfen haben. Dann bis zum nächsten Mal bei einer vermutlich etwas weniger spekulativen Aktie. Ciao.